Christi, wo die Sinn weich genommen wird. Meine Sinn weich genommen wird. Raja, ich freue mich, dass ich noch ein paar, was ich komme, für die Message zu bringen hier. Yes. Welcome, may God bless you. Ich wünsche Ihnen alle Götzchen und Leute, die Gnode, und dass wir alle wirklich daran glauben, und weiten, dass Gott in unseren Mann ist. Und was ich auch an den Leuten, was wir jetzt gesungen haben, das fragt mich, was in meinem Leben passiert wird zu Jürgen. Ich konnte mir schließlich in den Sinn, und was wir bieten schaffen können. Und gute Grüße. Und wir haben auf der Hauptschöpfung. Und heute wird top geriert, zum Vorles, auf dem Hafen, auf den Abwestern, dort wird alle wachsen, und eben dann knollt das Ola in meiner Sache ab, und verbrennt meine ganze Sache in meine Eugen. Und dort mein ganzer Hüter, kurz, second and third degree burns, in ganzen Sache in meine Eugen, das meine Frieden sein wird. Das liegt, dass ich kiepte Ehe, Ehe. Und für den ganzen Weg lege ich auf der Bank, mit Ehe und Tau, können Sie sein. Und über dem, da wird einer dann wirklich an, wenn einer ihr Schwert aus wahrgenommen, so wichtig, dass es, dass einer eine Mutter gehört hat. Und aber ich besungen, dass Jesus, der kann uns die Eugen aufmerken, dass wir sein können. Die Frau sagt, dass wir mal durchkommen, dass wir wirklich im Jäschlichen sein können. selber über Jesus gekommen und den Krieg, dass er auf unsere blinden Eugen auf dem Meer, dass wir wirklich mit blinden Eugen sein können. Und wir werden bloß auf den Worten auf die Leicht, dass wir sehen, dass es echte Wahrheit sein kann, dann wird mir sehr verwirrt. Meine Frau ist, selber haben wir jäschlich blind. selber über Jesus gekommen, dass wir wirklich sein Ansatz gekommen, zum Sein, was in der himmlischen Welt an ist. dass wir nicht bloß einmal nur Jesus gesteckt werden können. Das ist nicht unser Thema von Fendel. Das sei interessant, ob wir in der Sennerschule in diesem Thema neigeruhen von Jesus aus der Wienstadt und wir sind der Raten. Und das ist nicht mein Thema, ob es sei, dass ich bin. Und meine Thema von Fendel hat der Herr mal ein volles Jahr und meine Hörten abgeleicht. Und das ist die Law of Liberty, das ist der Gesatz von Freiheit. Und Jeroz so gedacht, wir würden denken, naja, wo, wo können wir an unseren Gesatz sein und frei sein? Und in der biblischen Sprache Jakobus sage ich, that we are under the Law of Liberty. Wir sind ungen der Gesatz von Freiheit. Die Frau ist in uns leben, wo kommen wir nicht stehen, ob die wirklich frei sind. Das fehle auch von uns, wir hören immer in unserer Welt von der, wir hören den Spruch, dass ich nicht ungen Gesatz, ich bin frei. Die Frau ist weiten Menschen verhofft, was sie sagen, wenn sie sind frei. Wir hören viel von Galatik, Kapitel 1, von Freiheit, that we need to be free in the liberty that the Lord gives us. Und das ist wirklich so. Aber wenn wir denken, an was Gesatz ist, wir haben immer bei der Städte gekommen, dass aus Christen wir werden nicht mehr keine Gesatzen sein. Und wenn wir so eine Gedank annehmen, dann werden wir erst mal von den Schreffen durchgekommen sein, was meint das Reich? Wir werden wirklich frei sein von Gesatz. in Anze Welt, von der wurde geprievt von der Homosexual Welt, worum es gesatzlich dort morgen früh sich befrieren kann, aber nicht dort zwei Männer sich befrieren kann, oder zwei frühes. Dann wurde erst die Antwort geführt. Wir wollen vielleicht sagen, es sind viele Menschen, die würden sagen, nicht mal ungesatz, frei sein. Wenn der Mensch wird liberal sein, wenn sie wirklich es dort gelaufen sind, dann würden zwei homosexuelle Menschen frei sein, wenn sie dort sind, sie können mal gesatz, sie können sich dann befrieren. Aber das selbe Mensch wird nicht mehr ungesatz, frei sein, und sie sagen, das ist nicht reich, sie können sich nicht befrieren. So dann man wieder kommt, wo die Worte gesatzlich ist, und was wirklich frei ist. Wie aus Tristen sagt die Schrift, die sind immer bereit zu eine Antwort geben auf die Worte in uns ist. So frä ist, wie wird das ist. Poi er trägt den Ravi Zacharias vor der dann in Bölscher ver gebracht und einer der seht, dass je aus Tristen jene gesatz erst nicht einträchtig. Jorn trägt in der Civil War die Schwestern die Schwestern wollen nur reich haben, dass sie nicht frei sind. So werden die Schwestern sehen von Civil Rights die schwör Menschen frei haben. Aber die Schwestern sind homosexuals nicht konsistent sehen die aber dann sagt Ravi Zacharias sie haben ein Ding nicht verstanden. Gott hat alle Menschen gemerkt aus dem Bild als sie schwör oder wit sind alle in Gott sind Glück und Frieden Aber in den Bibel hat Gott gesagt dass sie fruchtbar sind dass die Menschen werden in der ganze Welt Teil der selbe Gesatz Gäber als Gott und wir leben alle und diesen Gesatz Gäber noch erst ans himmlischen Vorder Aber ein anderes von dem das so verdreht den Menschen weiten mäßig mehr wo ist der Land was wir treten können und fern in die Kirche ist so schwer aber ein unge Christen tragt den Land hier so das ist wo die Gesatz ist wo eine wir tragen diese Lehren auf verschieden Städten dann sind wir ein ein nicht so aber wenn wir uns wirklich können vereinigen unge Gott sind Wurde wenn wir alle würden unge tun sein zu der einzige Wort hat wir würden uns alle vereinigen nicht so wenn wir alle können in der Erkenntnis von der Wort kommen dann würden alle in Einigkeit sein wählst du erst was eine Wort hat der Denk ist wenn wir als Menschen ist reich der Wort von Gott Gott ist so nach der Freude wenn du bist frei und bist frei von den Gezart dann hast du Freude von den Gezart dann frei wenn du wirklich frei best best von den Olden Testament frei in den Olden Testament du sind die 10 Je Boten und so wenn du wirklich frei best du best nur bloß in den Ne Testament du hast nicht mit den Olden Testament zu tun das wirklich gelaufen das du bist nicht unter den Geboten und du hast 100 000 Dollar in den Bank rechnen wenn ich komme und die dort weich nehmen ich sind nicht un free den weich zu nehmen wenn du bist nicht mehr un un to saß und ich noch nicht wenn ich frei all die weich zu nehmen wenn ich will das gut Gottes verdrehen dann kann ich sein in dem Testament der Niedergänger der Niedergänger die hat alles top nicht so ich kann nicht das üle Satz nicht verdreht sondern weich nicht kann ich das Testament auch verdrehen und dort hundert diesen Dollar was dient es als nicht uns oder wir können nicht wieder drehen in sein nein wenn wir uns vereinigt sind der Olden Testament zeichen in den geboten sagt dass wir den nächsten nicht anbring ob ich nicht ein Gesatz so dass ich anbringe oder wir würden keine mitte aller Persön nicht mehr und das würde amaklich sein aber würde es sein wenn wir wirklich frei sind von allen Gesatz dort hier in der Tod würden morgen Menschen und früh sein Menschen aus ihnen früh weil es du fangst daran amaklich zu wollen aber dann als der Frau war wenn wir wirklich frei wären wir nicht ein Gesatz dann würden wir das nicht treten wir sind nicht mehr ein Olles Gesatz wo es ist das Land das wir brücken tun wenn wir nicht mehr in das Testament leben tun und so das was wir so wenn wir so glauben tun wir nicht olles Gesatz wir sind nicht nicht viele Menschen die lesen verhoffend nicht den Olden Testament bloß den Neuen Testament aber die Neuen Testament erst in dem Olden Testament verstehen und das Neuen Testament die Oben Bord so wenn wir wirklich das Neuen Testament verstehen dann müsst ihr im Olden Testament nach lesen weil es veran muss die Grund von dem Neuen Testament erst ab dem Olden Testament geschrieben und so von dem wenn wir wollen denken es sind viele viele Gesatzen es sind civil Gesatzen wenn wir Menschen anbringen dann die nehmen uns vor die bringen uns weiter in Rechtsstaat und dann waren wir gerecht und waren in prison gestab dort civil law dann ist noch moral law nicht so wie alle was reichen art jetzt und die denken es dort in Einzelstädten in dem Neuen Testament hat Jesus Dinge von der civil law ewig schläft in dem Neuen Testament gemerkt hat er das in Mor law gemerkt vor in zum Eben in seht er in den Neuen der Frü her reichen dann sollen sie alle von der Stadt reichen worden sollen alle gesteinigt werden dort die civil law Jesus sagt in dem Neuen Testament in dem Neuen Testament seht wenn man mit einer Frü reichen dort wird adulter sein aber auf einer steht seht er die können in der Früh verloten und frech befrieren. So Menschen haben Gott den Gesatz zu geändert, die können Menschen ein certificate of divorce geben, und dann können sie sich frech befrieren. Nun haben sie Gott den Gesatz auch verdreht, und wenn man untersteht, das wurden sie dann in der Früh bestäunigt. Aber Jesus hat merkt in der Moral-Law, in dem Nieden Testament sagt er, ob er in Mohn, weil er in der Früh nachgekommen hat, zum Erjankern, der Hafer in seiner Haut versinnigt. Das ist auch nicht mal Civil-Law, das ist nicht all Moral-Law. So Jesus hat all die anderen. So was ist das Zweck, oder was ist das Erjankern, wenn wir in Gesatz sind? Hier sind es, in Gesatz der Ordnung. Von der am Weich hier haben, die Puhren haben fliegen her, die sind alle Sands, hier ist ein Yield-Sand, hier ist ein Stop-Sand, hier ist ein Spiel-Limit-Sand, und wenn die diese Sands haben, dass wir ganz ordentlich hier haben, vielleicht verhobst nicht und gedacht, dass du auf Irms am Hebe gefährlich wirst. Ihr wisst nicht, dass wenn du ein Fortschritt von Fähren schaust, und die weiter gesagt hast, die fahrt an der Reiter sieht, die fahrt an der Onderseite, und wir können uns ganz gemütlich verhobst nicht und gedacht, hier werden ganz viel lohnt, wenn du dir Ordnung hast. So in Ansleben, ihr sagt, dass ihr keine Ordnung geben, dass ihr habt uns noch Safety. Wir haben nicht Angst, die nicht gegrügt, dass du von Fähren in Fortschritt schaust. Aber das darfst du nach was anderes? So das ist Equality und Opportunity. Für Exempel, ihr schaut mal an manchen Menschen, wenn sie nicht so viel gesatzen werden, und dann, der stärkste Mann, der kann alles haben, nicht? Der stärkste Mann, die können alle andere unternehmen, wenn wir alles sind, wenn er der stärkste wird. In Opa, in anderen Ländern, haben wir nicht Ordnung, und wenn er nicht, hat man recht die Schwache, hat die Leidenheit, die können Hüste haben, die wird sich nicht grühen, und andere worden, nicht vollkommen, wegstehen, von einem, endet es die Opportunity und Equality. Und, so, du kannst Sehnung sein, wann die Ordnung ist, wann die Esatzen sind. Du denkst, wir machen bloß die Esatzen auf der Rechte steht, Handstau. In den Osten Testament, so wie es hier gerade reden bleibt, du wie es Ceremonial Law, das Civil Law, und das Moralische Law. Und, einige Dinge von dem Osten Testament, sind die anderen. und, für Exempel, ob es ein paar Dinge wird in den Nehen Testament angekommen, für Exempel, der Torfai, und übermor, wir können Bilder sein, von dort, in den Osten Testament, aber es sind eher, wir kommen in den Nehen Testament, Menschen. Und, auf einer steht, Jesus, da sage ich, habe Jesus dann geändert, und im Osten Testament, hat Jesus dann gesagt, ihr seid, in die Ehe von Ehe, in den Tänen von Tänen, aber, ob es ein ist, ihr seid, in den vielen Leuten. Du hast Jesus in Civil gesagt, war ihr name, ihr genommen, und dann hat er doch geändert, to make it a Moral Law. Aber, wenn wir in den Nehen Testament checken, und wir wollen wirklich so sagen, so, du sagst nur, dass wir sind gereicht vor dich durch den Gesatz, und das wurde nicht gesagt, Jesus heißt, sie kommen, damit der Gesatz erfällt. Aber, wenn wir hier wieder gehen, in Reimer Kapitel 8, und wir wollen die erste Gesatz lesen, Reimer Kapitel 8, Vers 1, ich wollte mal Englisch lesen, ich kann weil ich auf Jüngisch spreche, mit kommen, wenn wir in Bibel haben, von den Alexandrian text geschrieben, maybe New American Standard or NIV, die waren in den ersten Versch, die waren in den Hof waren. Wenn you in King James oder King James waren, die waren in den ganzen Versch, waren. But wenn you in NIV waren, in the vier Versch, was they die die waren, was in den ersten Versch, Romans chapter 8 verse 1, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, in the NIV, that's the end of the verse, who walk not after the flesh, but after the spirit. so here here an beding of B. Now we are going to here in the 2 of our Nant Paul has a schrift here of two Jesus and he said that one is the name is the one is the us in this room are one of the two Jesus . He asked one one of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So he asked to have one is free from the only is that is free of the is that is that is all are born and that are the is that sin and the doubt. In Buta he came but in globen and he was the hell yes the was ever under the sin and the living but when you believe that we know that the be here that the Christ is the hell in yes you best you are in your life what you in your life and that is the Jesus of life in Christ Jesus that have me free met we were in the way and the way ever spazier what mean that you that you in Christ is free then why look at why do we not reach for the for what the law could not do and that it was weak through the flesh see we can us not reach for the flesh we can we can all the flesh and we can can we can we can we can we in the last part of the father said in the likeness of sinful flesh for of sin he condemns sin in the flesh and then he says why in the fourth verse that the righteousness of the law might be fulfilled in us how do we it says here the righteousness of the law might be fulfilled in us so we can not have fulfilled In anderen Ländern, in den Städten, wo die Menschen wirklich viel, was er zu retten, wo die Leute, die Menschen waren, beobachten, was er nicht bereit zu sein. Aber in den Juden, wo sie viel, was er zu retten, sie sagte, ihr mal. Jesus hat, wenn sie in den Neuen Testamenten, in den Gospels, wenn Jesus war, was er zu retten, sie sagte, zwei oder drei mal. Das Menschen wirklich, was er nicht bereit zu sein. Paulus hat gesagt, die zwei mal, die zwei, in den Ischdefar, die, who walk not after the flesh, but after the spirit. In verse 4, who walk not after the flesh, but after the spirit. Du hast die Bedingung, die Freu hast, wo nun sie beedern. Verse 5, For they that are of the flesh, do mind the things of the flesh. Wenn du fleischlich bist, die nicht die Dagen drehen, immer und fleischlich die Dagen. You know what the word carnal, or worldly is? Alles wird die Fiesisch ask. Erst wird die Fiesisch ask, dort packen mich, dort können, die koer können ich sein. Wenn ihr erst wird ask, was er sehr, sehr powerful ist für den Mond, dort merkt die Füße. Aber dann, ja, ich lese, mir hört das nicht ab, ihr. They do mind the things of the flesh, but they, that are after the spirit, they mind the things of the spirit. In verse 6, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. You ask mir a frie, des du nur, das jesatzen, das jesatzen, wenn ihr rechtlich gett, heu, da ist doch das, dass du jetzt wohnen. Einige, wir können sagen, ein Mensch, das, das war in alle sagen, wie er kuhl in den gest. Wo weiß sie, dass du denn gest, wo er, die hängerin gest. Einige Menschen, die waren nicht krekt, wo das zäufte, die jesatzen hans, wie die, die, die things, die nur du, wenn die krekt, das jesatzen hans, und wo ich bloß nur die Gesetzen leben, dann verlieh ich mich ganz gereicht vor, da habe ich mich alles getan. Wollt ihr was? Das verlieh ich nach Verhoffung ganz ehrlich. So wo erst die Lehren wird wir dann tragen getan. Doch das wird uns so schwer, dass wir den Lehren tragen getan. Der Diener reichen ehrlich, ablehnen wird Gott den reichen ehrlich erst. Wenn du verhoffst und der reichen Blut, der selben Blut und wird Gott erst, dort du wirst Gott die Wahlen erfüllen für dein Leben. Oder würde die Freude dann sagen, der Diener leben, als Diener leben in Seugnis für andere Menschen. Dort wo du leben lässt, Menschen können wahrlich sein, dort sind die Esser Bruder, dort sind die Esser Gesaster. Paulus hat sich, in 3.2, wann wir wurden in P-Masset abwecken, 3.2, 4.4, 15, Paulus hat sich hier so, errichtet von Heiden. 4.4, 15, By nature the things contained in the law, these having not the law, are a law to themselves, which show the work of the law written on their hearts, their conscience also bearing witness, also their thoughts, the meanwhile accusing or excusing one another. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. 5.4, 15, In the 15th verse, that the head that the head has been shown in the hour, that the Jesus was there, where they live. The head, they couldn't know the whole Jesus, they were not Jews, but so they were then living, that the Jesus were written on the hour and written on the hour. No, that is the right thing. That when the hell is really in our new plant, that is the hell is in our new plant. Jesus has said, you also go to food us, when you wait, you need king a golden gift to give, when the children come, that when the young and young come, then say, Father, you have to be brought you have to eat a stone. Then say Jesus, and when you go to food us, wait, you need king a golden gift to give, what the hell is the heaven that the hell is given, when you do not fail. My father is three more, than the hell is to pray. That is the only way, which we can ungodly never live. But that is wonderful, how many people have been to the house and to the but they are to the strength in their and love. The believe that God can't be seen in the way they live. And they are really blind to their sin. They live in two-schnitt to live. There are the fire people in the church who live and they live in one way and then when they are in a speech and they are in a way. They are the only people who live in a way when they are in a house and when they are on vacation and they are completely in a way. Is it that that now that the hell is they have not to live in a house? They have in a shop and said that the hell is that the hell is dann ist. Was ist das Fakt für dein Leben? Hast du ein Ziel für dein Leben? Gott hat dir gemerkt, verarmt zu leben. Wir sagen Gott, wir nehmen, lesen dort und leben dort aus. Dort ist, wo die Versprechen wirklich werden, und dort ist, wo wir wirklich Fried und Freiheit kriegen. Wir können nicht Gott seine Versprechen kriegen, wenn wir nicht daran glauben oder wir dort nicht ausleben können. Warum würde wir mal in den Himmel gehen? Wenn du das vollgerechtigt hast, und wir wollen hier nicht so leben für. Warum würde wir mal in den Himmel sein? Jörn trägt Jürich von einer, der sieht, der hat ein Interview sein, von einer Frau, der sieht, ein Kopf im Himmel, wird im besten Sinn sein, ohne es wird mir das in Ordnung sein. Wir wollen vielleicht aus Tüsten und nicht mehr wollen, dass es dort sein, aber würde es vielleicht ein bisschen sein, wirklich, in uns freuen. Wenn wir nicht mehr für Eibigkeit in den Himmel sind, wir haben kein Facebook, kein WhatsApp, kein Hobbies, wir können nicht foreign hunting, keine foreign fashion. Was würden wir in Eibigkeit, was würden wir dann tun? Wir würden ja bloß in der Wahrheit erst spielen mit dem Hort, nicht? Ja, wir würden bloß mit dem Hort spielen. Was würden wir das in Ordnung fahren? Wir denken fleischlich, wenn wir das so denken tun. Wenn wir bloß hier abdessen leben, wir sind anzufrieden, wenn unser Fleisch merkt uns anzufrieden. Wenn wir schon in Eibigkeit sind, wir waren in den eibigen Macht von Gott, in seiner eibigen Herrlichkeit. Und ich würde sagen, Junges, wenn ihr woher in der Rastrack waren, ich sage nicht, dass ihr seht, aber wenn ihr woher, und die woher, sie sagen, okay, nie sollst du in den ganz starksten Dreckstern entkriegen. Und der muss ganz durchklingen von einem ein, aber der andere muss sein. Wenn ihr euch die bestätigen kommen, dann würden sie sein, were you bored. Er war in einem losfahren, und twice zu können, wo die von 0, 60, dann, flach nach Bozja, dass man so sein hängt, dass man Menschen wrinklig haben, das sind alle hängt. Das ist nicht mehr affär. Das hängt alle sein hängt. Wurde dann boring sein. Jetzt meine Frau. Wurde als himmlischen Futter. Weil wir denken fleischlich. Wenn wir Futter denken, wirklich ein christeliges Leben ist boring. Das allein, wenn wir in fleisch leben sind, dann ist das christelige Leben boring. Wir nicht vermitteln, mit dem, was edelisch fleischlich ist. Träbel ist. Das ist. Das sind unglowen. Wir sind alle selten von Gott. Und das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das I say. Walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the lust of the flesh lust against the Spirit and the Spirit against the flesh and these are contrary one to another so that you cannot do the things that you would. Listen to this. But if you are led of the Spirit you are not under the law. This will be free word. Man should warn you sein. man can have the hope to be free to stop to make up to up to house to all this thing do to be free to als es nicht jästlicher ist, als es nicht jästlich ist, als es nicht jästlich ist. Was wir so denken, dann sind wir jästlich, dann sind wir nicht jästlich. Statt trägt dann wie Chester Weaver, als ich schweig, als ein Mensch wird der jästlich denken, dass er immer sein wird, was ist hier mit Aarich? Die stellen Dinge immer so, die sind gleich auf den Dug, was ist hier mit Aarich? Er sagt, ein jästlicher Mensch, der immer in der Bibel entdeckt wird sein, was ist hier reich? Das ist die Unterschied zwischen dem jästlicher Mensch und dem fleischlicher Mensch. Ich war ein paar piesische Gesatzen, wo ich zum jästlichen Gesatzen erkläre. Mein Bruder hat als Pilot und er redet immer von Airplanes. Und wenn wir aus den Airplanes fliehen, du musst das verstehen, dort muss ich durch sein Gesatzen. Für Eexempel, was ich habe vom Airplane und Motor, wenn der fällt Truss, die Airplane, die kann allein fliehen, wenn er in der Fahrerwärts kommt. So, das Airplane, den Proff, der drehen ist, der nimmt das Loch von Farsig und schieft es an ihm hängen. Das ist Truss. Aber du hast nach Dreg. Das Dreg ist all das, der Proff den Airplane stellt. Und wenn du gesagt hast, du musst mehr Truss dann, also Dreg erst, sodass die Pläne fliehen kommt. Und jede Scientist, die machen dann, die Faggern, die Faggern, die Faggern, welcher Truss das Pläne fehlen ist, und dann weiß man, ob sie fliehen. Oder das nachher andere Gesatzen. So, wir denken, think about the forward thrust, aber wir machen noch zum Nehech. Und das ist ein Lift. Das Luft wird nun über die Flächen, über das, als dort wird der Pläne in der Hech zuhren wird. Und dann muss mehr Lift sein, als dort der Gravity ist. Und dann kann der Pläne in der Luft nehmen. So, das fehlt, dass der Fahrer kommt, dass er in der Hech kommt. Nicht so? So, wie ist das mit dem Plan, dass der erst muss, an uns ist dort? Na, wir sind im Plan Ishmael, die sich Ishmael spät, wann ich spät habe, dann fängt der Lift da und da und ab und dann heft die von der Erde aus. Und dann denkt mal an, okay, ein Airplane, der hat Räder. Die satte hier auf der Erde, so das Airplane, die fehlt es an dieser Räder. Aber die fehlt es an der Räder. Wo ist dann die Räder? Wo satte die dann? Auf der Erde. Nicht so? So, die Gravity, die hält den Plan auf. Und so, die satte hier auf der Räfen, und die satte hier auf der Erde. Das Airplane fehlt es an dieser Räsen. Dort sind alle Menschen, die nicht fleischig sind. Wir sind nicht bekehrt. Wir sind alle Airplanes, wir sind alle auf der Erde. Anst fehlt es an dieser Räsen. Wir sind auf dem Gesatz. Wir sind alle schuldig. Aber nun, das Plan hat ein Motor. Und, als ich Kapitel 2, versichere ich, wir sind alle im Merk, für gute Wurken. Nicht so? Und so, das Motor, die hat hier, die hat die Abilie, dort die Kondrähen. Die Motor, die Kondrähen, das ist alles an der Räsen. Ob das kein Energie war. So, das Motor, die fehlt immer mehr Gas anzunehmen, wo die wirklich die Energie hat, dort die Kraft hat. So, das ist die Bekehrung. So, ein Mensch, die fehlt immer der Heli, dass die wirklich Kondrähen, wenn alle die Kondrähen, was wir tun, dort sind allein, wo die Heli, dass die Kondrähen, da ist alles an der Räsen. So, nun, haben wir diesen Airplane Gas, da ist alles an der Räsen. Und der Pilot, die kickte all die Gages, die da ist in den Run-Up, die sind alles in Ordnung, die waren alle abfliegen. Und die sind auch auf einen Runway, als du in der Stall. Und nun, ich dachte, ich soll, dass die Eier echt was eng sein, dann muss ich auch in der Lauf sein. Und dort, das ist alles an der Räsen. Die Frage ist, da wird wir in Fleisch sein, wir kommen alle was eng. Und da wird nicht in der Lauf sein, die Knollen drängend in den Stall nehmen. Heute, jeder Tag, sind die Düsende Menschen, die Knollen in diesen Stall nehmen. Ob sie wollen oder nicht, die Knollen in diesen Stall nehmen. Der Einzige Wahrheit, dass wir nicht waren, in diesen Stall nehmen können, ist, dass wir nicht Trust haben, und dass wir nicht Lüft haben. Wie nur für uns, habe ich dort. Paulus heißt euch, in Galatik Kapitel 4, verspielen, finde ich, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Es sind viele Christen, dass ich, ich kann mich in der Ferne Hüße bieten, ich lebe hier bloß im Jahr. Aber die kommen never, in ihre Leben kommen sie never wieder. Sie sind auf einer stehen, die wissen, und sie haben never tot. Und was der Trubel ist, wir werden dann in den Schwerchdäuen, wie fremlos die Menschen wollen sich bekehren, Die bekehren sich, nicht haben sie Frieden, ich kann mich nicht bekehren, ich kann helden sie wissen, ich kann kein Leben geben, ich habe keine Banken, in der Wormhalle. They are living in the Spirit. Aber Paulus heißt euch hier, let us also walk in the Spirit. Wir sollen wiederkommen, wir sollen nicht bloß Stahlsäten, hier auf einer steht. Wir sollen wiederkommen. In den Hellen jetzt, die gebt uns Mut und Kraft, dass wir wiederkommen. Und wir wollen uns in den Tohn nehmen. Und für diese Menschen, die wirklich dort vornehmen, die fallen sich die Motor, den Gas an, die drehen die Motor an, spielen die Motor ab, und fliehen sie ab, auf einmal, und ihr habt das ganz verordnet. Meine Frau, für die, für die, die, wenn du gläufst, du bist nicht fest, oder wenn du vorst, mit den Airplänen, los alle wehen auf ihr, und du gläufst, du fliehst, und du bist auf mehr vor den Stahl, wirst du die Welt haben, ohne sein, die dort sein. Wenn du gläufst, du bist in der Lauf, und du bist nicht in der Lauf. Wenn du gläufst, du bist bekehrt, aber du bist nicht. Und andere Menschen können klar sein, dass dein Zeugnis bewiesst, und du bist nicht ein bekehrter Mensch. Wirst du die Welt haben, dass andere Menschen sein, die dort sein, eier du, und den Stahl noch enthält, oder nur dem. Das hier ist das sort of thing. Du weh, aber auch in der Lauf. Wenn wir nur in der Lauf wohnen, dann werden wir frei von der Gesatz. Weißt du was? Wenn ihr das Stück nicht, das Stück allein bloß, wenn der Räfen ohne ihr anschauen. Nun denkt man, wenn die Fläten jetzt schon noch Luft und Thrust hat, die Fläten in der Nacht laufen dann. Fehlt es dem dort nicht mehr an der Räfen? Das kann sich der Räfen nicht verfolgen, und vielleicht den Ongen in der Gesatz. Nicht so? Hier schau mal, warte, an der Hach geholt, da ist der Räfen. Und der Räfen schiebt nicht in der Ere. So, das wird den Plan abgeholt. Aber nun, flägt das Airplane in der Ongen Gesatz. Das ist in der Lauf. Ihr könnt den Räfen loschneiden, und der flägt nicht in der Lauf. Das schiebt nicht in der Ere. Das kann stöckern daunen, der Lef in der Ongen in der Gesatz. Das Menschen ist bekeert. Der Lef kann Ongen vielleicht mit schwach sein, aber hier boven. Das ist anders. Und die Frau sagt, was du best du? Was du in der Ere, oder flägt in der Lauf? Der Trouble ist, es sind viele unbekeerte Menschen, es sind Menschen, die sind nicht weg, und sind unbekeert in die Vorher hier in Ape Ere. Und dann denken das unbekeerte Menschen, wenn dort trissen sind, dann werden sie nicht trissen sein. Die hören sich hier ab ihrem Raum und tauchen sich auf das Bett aus den Nächsten, wenn sie nicht trissen sind, dann sollen sie fliehen und denken sie das ist höch mietig. Sie kicken das Rauf auf mich. Dann werden noch dann auch nicht. Aber wenn wir können kommen sein, weißt was, wir können den Nächsten sagen, weißt was, wir stücken das auch nach einem moment. Wenn ihr fliehen dann in der Lauf stücken das auch. Das meint nicht dass ihr nicht auf ihr sein. Die fliehen nicht haben in Lauf. Ihr seid lecht bequert. Ihr seid im Glauben. lebt in Jesus oder man nicht in Stücken wird. Aber ihr lebt in anderen Satz. Und wir wollen das kommen sein das andere Menschen weißt was du machen was Jesus geben kann und leben so wie du kannst auch in Lauf. nennen du bruchst nicht Jesus und diesen Stol und kommen du bruchst nicht du nennen knollen aber weißt ihr was das große Ding von Menschen die sagen du sollst mich rechnen weißt du es rechnen und Menschen verdorben ein Mensch rechnen es als wenn ich kippe in die Wut und ich sei das nach der Wut Gottes du ist in der Wut von Fleisch und Frucht von Fleisch und von und wenn ich das erlebe nicht nur den Fleisch nicht so das ist nicht warum Paulus es dort gesteben hat dass wir das Wut leben dann wenn wir nur den Wut in Fleisch leben dann ist aber nicht jährlich aber wenn wir den Nächsten noch sein sein dann wir in dem Wort sein sein du wirst mich nicht rächen in verdommen ist ganz verschieden ich kann ein Mensch sagen mir Bruder du lebst nicht Fleisch und die Bibel sagen die nicht in Jesus leben ich sage nicht du gehst nicht im Hall wenn ich nicht sagen du gehst nicht in Hall dann ich die verdommen aber wenn ich sage wenn du nicht glauben an Jesus Christus und nicht bekehren dann wirst die das Hall kommen ich darf nicht verdommen ich darf die dann reichen der Gott Gottes die Worte hat es dort was frei werden dat wenn die nicht never los flogen von dort was hängen an das you were never can in lot fliegen an airplane was the airplane when we were in plane ganz far fliegen von sein new well fliegen mit that we never in a lot fliegen you might Gemeinschaft mit den himmlischen Vorder mit den Herrn Jesus we we the Jesats of the faith that is a Jesats that is only that the faith that a man really complicated is that is a Jes Jes my friend if you were from all Jes to the faith then it not you a Jes of the faith to what the trouble is the spirit of rebellion we are not God we are our one harsh we know what you are not you are higher as the harsh or Satan as the harsh but you can't for you be love to one or the other you can't not for you to Jesus he makes you früh from the sin of the doubt because he is his love he is on 30 star for youth but he can get out of the flesh and the doubt what is the thing we really believe what we see in 1 verse 12 Jesus in 1 verse 12 he said so he is on him to but as many as receive him to them he gave power that's authority he gives them authority to become the sons of God even to them which believe on his name now I'm a chapter of his name but you are not in the flesh but in the spirit so be if the spirit of God dwells in you now if any man have not the spirit of Christ he is none of his he is of his and he is of the globe and now in the verse what means I tell the chapter of all you see it in the chapter chapter 2 chapter chapter 1 in verse 8 Ich habe hier eine gute Rede. Es würde mir fehlen, dass die Jesus mit ihm bekehren. Wenn sie sich bekehren sind und in den Banken sind, wollten sie nicht, was sie dann sagen. Aber die Bekehren ist erst einmal der erste Stopp von der Gemeinschaft in dem Leben mit dem Herrn Jesus-Stopp aus den Gängern. Die Bekehren ist der erste Stopp von den Gängern. Und dort ist es der Dinger. Menschen sollen sich bekehren, dass sie keinen Jesus sehen können. Und dort merken wir eine große Unterschiede, was Menschen denken. Wenn sie sich bekehren ist erst einmal der Anfang, das ist nicht der Ein. Ich habe hier in der 2. Petri Kapitel 1 vertreuert. Die Kraft waren von Macht. Die Airplane, die wir wiederkommen, die fehlt unkroft. In Ansleben fehlt unkroft, dass wir kein Wiedekum. According to his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. So what is this power? What is the kroft? He says we need all things and he has given us all things that pertain to life and godliness. Ansphilter leben und Gatlichkeit. Ansphilter. He says through the knowledge of him that called us to his glory and virtue. Das ist durch die Gewissenheit. Durch Jesus kann. Jeren trägt, was ich den ersten Mal hier von Helzibäß hat. Dann darf ich nie gar nicht mehr wissen, was Helzibäß hat. Und schließlich kam ich über Johannes Kapitel 3, 17 Vers 3. und das sagt Jesus selbst. Das sagt, das sagt, auf ihr Leben. Auf ihr Leben ist, dass sie waren die die Himmelschen Futter und Jesus Christus die die ihr Schacht hast. Weit ihr was auf ihr Leben ist? Gemeinschaft haben mit Gott. Ganz einfach. Wenn du das gesagt hast, hast du das auf ihr Leben? Dann hast du jeder da die Gemeinschaft mit Gott. Und das sagt, was uns wirklich Leben geafft, dass wir kein Wiedekum, dass uns ein Airplane muss gashaft, high-octane fuel. Nichts so? Aber ich kenne mal, es sind viele Menschen, die haben von dir verjeden. Es sind noch vielleicht 20, 30, 40 Jahre am Glauben gewesen. Und es sind großartig und anmündig geworden. Die haben verjeden, dass Jesus erst für endlich starb. In Pothis hat es Schrift gefunden. In 2. Pothis hat es einfach nicht. But he that lacks these things is blind and cannot see far off and has forgotten that he was purged from his old sins. Aber er hat es sich nicht. Und es hat es sich nicht. Aber er hat es sich nicht. Und es hat es sich nicht. Und es hat es sich nicht. Von Ihnen zu senden. Aber er hat es sich nicht. Gott, dass wann wir diese Dinge waren down, wir werden never fall. Was sind die Dinge von 45 ganz stark passiert? Lest es mal. Das sind die Dinge, die wir uns zu holen haben, dass wir nicht raufkommen. Es fängt ein Städte, und sie prüft uns rauf zu schreiten mit seinen Flächen von Unglauben. Wir fliehen die Bogen drum und wann wir in den Leer kommen, er wurde uns getroffen. Solange sie waren weit in den Leer fliehen im Glauben, dann konnte die Fiend uns nicht beheben. Meine Frau ist, wir haben erst die mit den Norde kommen, nicht wahr, nicht wahr, dass sie von der Flaschel geht, nicht wahr? Sie sagen, woher hier manche Beue von Ramm fliehen, bloß von Schrengung, nicht wahr? Und als die Fiend du in den Schein, der Ramm bringt uns rauf, wenn wir spüren hier mit der Flaschel geht. Aber es sagt hier so, Make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fall. Und weißt du, in den Offenfarge, das ist ein Denkwort, ich glaube, mehr da und hier so, viele von uns, wir denken, na jo, wann wir gestorben waren, dann macht wir nur noch da, einige Pfote da. Weißt du, wann wir schon gelaufen sind, die sind auch da, einige Pfote da. Jesus, er ist der Pfote. Er ist auch den Pfote. Hier in den Offenfarge sagt es, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Wann wir hier in diesem Leben stuern, der Pfote wird darin so erst, in den Königreich, das ist eine große Pfote. Die Menschen stuern, die wollen uns alle begrüßen. Jesus hat erster und er wird sein, dort kommt nennen und er eigentlich gett nennen. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Hier ist noch nicht ein kleiner, enger Pfote, wo wir die Eifigkeit noch warten durchgehen. Wann wir hier in diesem Leben nicht so ist das. Wann wir best nicht in Glauben durch Jesus, durch diese Eingeput durchgegangen, dann wirst du nicht durch diese große Wach in Jesus die Eifigkeit nennen kommen. Ich sage nicht dort, die Bräder war ich erst. Ich sage bloß, dass wenn du hier mit diesen Eingeput durchgegangen bist, du so, hast du nicht noch einer. Für so an entrance shall be ministered. Er wollte ihn bedauern, dass du das abundantly ist. Das ist ein Eberfluss. Er sagt, du rühst die Bräder zum hier und auf den Eingeput durchgegangen, du rühst rühst von Ola. Er sagt in the 12th to 4, Therefore I will not neglect to put you always in remembrance of these things, though you know them, to be established in the present truth. Hei, weil wir in Wort gegründet sind, aber wir waren nicht verjahren von dort, was Jesus von uns gegründet hat. Weil wir nicht dort laut, was vergotten ist, dort und den Schritt war wir nicht vernünscht haben. Wir wollen schuldig sein, wenn wir denken, naja, Jesus hat für mich sterben, ich kann nicht leben, dass ich will. Wir wollen seine blut schuldig sein. Aber wenn wir leben, im Glauben, und wir lesen das Wort Gottes, wir sind begründet, established in the truth, dass ich hier sein, wir sind die Gründe überwohrt hat, dann wollen wir never voll. Wir wollen immer fresh abstoen. Die Frau ist nicht als wir wollen wollen, das wollen wir fallen haben, wir sind heidekt, als wir worden blieben. Meine Frau ist, komm die wieder in Glauben. Hat ihr airplane aufgefällt und seid in der Luft? Oder hat ihr moit verloren und seid waren frisch auf ihr abgekommen? Jesus der will haben, wir sind alle mutig im Sein Jes wieder kommen, dass wir waren in Seine Eifigkeit wollen können schmallen von was das wirklich meint hat. In Eifigkeit in Seine Heiligkeit zu leben. Ich wünsche Gott zu sehen, was wir alle stehen zum Beden. Liebe Himmelsche Vorder, ich danke dir für dein Heiligen Jesus will sein oben Wort dort wo du reich ist in unserem Leben dass wir wirklich sind und die Rachen sind. Wir wollen dass die Wörschen Dinge in unserem Leben los schneden bloß dass wir fruchtbar sind, wir die verherrlichen. Ich freue für den Sehen jeder Mensch hier von dem und wenn hier einer ist, der hat noch nicht den hellen jäsen. Dort kann kaum ein Frieren dem geschenkt von den hellen jäsen. Dort kann lebendig werden. Dort kann nie leben führen. Dort sind immer nicht schwer. Tau und vor dem an mutig sein geworden ist dann auch ich geworden in der Leben als vielleicht schwer dass die worden war die Kirchen noch den blut schält und so ne weich doch sie kann immer frisch nicht kommen die was entrain und vergeben und weiter ab weich saßen dass sie kann nur kommen nicht die Ich danke für den Wut und den hell Jes und Jesus wir lernen dass die was weiter kommen Gott wie kann dien und scheine jesach und sein das baby mit am song in jesus nom amen